Zimmernummer 904. Ich klopfe mal. Hallo! Hallo! Berein, herein. So, wir kommen rein. Wir haben hier ein kleines Gäste-Bad. Und die Toilette. Dann gehts weiter. In den Wohnzimmer-Bereich mit Fernseher und Couch. Weiter gehts. Ins Schlafzimmer, Leute. Tatatata. Auch wunderschön. Hier gibt es noch mal einen Fernseher. Und jetzt, Leute, gehts hier einmal raus auf den Balkon. Mit einer fantastischen Aussicht. Weiter gehts. Es ist noch nicht vorbei, Leute. Es geht noch weiter. Einen Raum haben wir vergessen. Und zwar... Ah ja, hier habt ihr noch mal so eine Art begehbaren Kleiderschrank. Hier gibt... Boah, was für ein Safe, Leute. Nächste Badelatschen. Ist hier noch was drinne? Ah, Hairdryer. Ah, Trockner. Hier ist nichts drinne. Okay. Hier kommen wir noch mal ins Hauptbad. Boah. Boah, Leute. Boah, Leute. Was für ein Busch ist hier auf dem Leben. Boah. 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 Der Spiegel ist der Hammer. Der gefällt mir richtig gut. So, Leute. Das war auf jeden Fall erstmal die Roadtour. Auf jeden Fall. Ach ja, noch ganz schnell, Leute. Es handelt sich hier um die Palm Suite.